Meine Tochter, wir müssen zur Bibliothek gehen. Warum? Weil du Deutsch und Türkisch lernen musst. Aber ich will einkaufen mit meiner Freundin. Lucy, geh durch die Bibliothek und denk nach. Ich suche ein Buch über Türkisch essen, aber wo ist das? Wo ist das? Keine Probleme, ich helfe ihnen gerne.